Musik Durch Wahlen wird Volksvertretern Macht auf Zeit anvertraut. Nach einer gewissen Zeit können wir ihnen diese Macht auch wieder entziehen. Die Bundesregierung und ihre Politik hat eben Auswirkungen auf jeden Einzelnen. Allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim, das sind die fünf Wahlgrundsätze. Wenn niemand mehr wählen geht, dann ist die Demokratie am Ende. Es ist ja vielleicht auch etwas Normales, dass sich nicht alle Menschen jeden Tag brennend für Politik interessieren. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass man durch Nicht-Wählen sich die Chance verbaut, mitzubestimmen, wer in den nächsten vier Jahren in der Bundesrepublik regiert. Mein Eindruck ist offen gesagt, dass über die wichtigsten Themen im Wahlkampf kaum gesprochen wird. Das große Thema, das die Menschen in Deutschland bewegt, ist die eigene Zukunft. Und leider haben die Parteien dazu wenig konkrete Angebote. Musik